Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute ein Review, eine ganz klassische Review zu einem neuen, sehr, sehr interessanten Produkt. Als ich es euch bei Instagram gezeigt habe, habe ich so viele Nachrichten bekommen, dass ihr es unbedingt sehen wollt. Und ich dachte mir, wir schminken in diesem Video einen wunderschönen Look, hoffentlich, mit der neuen BH Cosmetics La Vie de Bronze Palette. Ich bin richtig gespannt, weil ich so eine Palette noch nie von einer Drogeriemarke in Zusammenarbeit mit einem Influencer gesehen habe. Und wenn ihr wissen wollt, was die Palette kann, was der Tee um die Palette ist, dann bleibt einfach dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bevor wir loslegen, ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr es noch nicht getan habt, meinen Kanal abonniert. Ich bin dreimal die Woche hier, manchmal auch vier oder fünfmal, je nachdem, wie ich es zeitlich schaffe. Aber dreimal auf jeden Fall. Und ich würde vorschlagen, wir fangen auch einfach gleich an. Vielleicht ganz kurz zur Hintergrundgeschichte der Palette. La Vie de Bronze, ich blende euch hier ein Foto ein, ist ein Boy in Make-up aus Amerika. Ich glaube, er wohnt in Los Angeles oder so. Mit, ich glaube, lateinamerikanischem Hintergrund. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon, dass es eher in die Richtung geht. Ich finde es zu Anfang wunderschön, dass die Marken endlich Boys in Make-up unterstützen. Und nicht nur irgendwelche Kollaborationen mit Beauty-Influencerinnen rausbringen. Sondern auch endlich die Boys in Make-up die Chance haben, ihre Visionen zu verwirklichen und Paletten rauszubringen. Und vor allen Dingen für BH Cosmetics, hinter denen ich ja sowieso stehe, weil mein Gesicht ist bei BH Cosmetics in der Drogerie. Und wir einfach eine Verbindung haben und ich einfach weiß, sie stehen halt wirklich hinter Boys in Make-up. Und nicht nur zu Weihnachten und zum Christopher Street Day. No Shade ein bisschen, aber ich glaube, ihr könnt mir ungefähr so folgen. Ich habe darüber schon mal geredet, dass ich es schwierig finde, dass Firmen immer nur dann mit Boys in Make-up zusammenarbeiten, wenn es ihnen was bringt. Und nicht, wenn es der Community von Boys in Make-up was bringt. Aber darum soll es nicht gehen. Ich möchte heute wirklich mich nur auf diese Palette konzentrieren. Weil ich finde, A, einmal ist es wichtig, von Boys in Make-up zu Boys in Make-up Unterstützung zu zeigen und diese Palette zu testen. Und ihr wisst es, wenn Influencer-Produkte rausbringen, mache ich eigentlich immer ein komplettes eigenes Video. Einfach als Zeichen meiner Anerkennung und Wertschätzung der Leute. Das ist mir ganz besonders wichtig. Ich habe es bei meinem Launch schwierig gehabt, bin ich ehrlich mit euch. Manche haben es gezeigt, manche haben es nicht gezeigt. Darum soll es auch gar nicht gehen. Ich werde da demnächst wahrscheinlich nochmal drauf eingehen, einfach so ein bisschen den Tee zu spillen. Aber heute soll es wirklich um diese Palette gehen. Und die Palette kostet 18 Euro. Und ich zeige sie euch hier einmal. Wir haben in der oberen Reihe sechs Farben, die eher so Richtung Alltag gehen. Also Neutral Tones, ein bisschen Warm Tone, ein bisschen Cool Tone. Also eine sehr, sehr schöne Alltagspalette. Sehr, sehr soft. Und in der unteren Reihe komplett sechs Farben, die matt sind, aus bunten Farben. Sehr, sehr bunten und leuchtenden Farben. Ich weiß nicht, wie es in der Kamera rauskommt. Doch, ich glaube, ihr könnt es sehr, sehr gut sehen. Das ist wirklich leuchtend. Die sehen schon fast neonartig aus. Deswegen habe ich mich heute auch ein bisschen in Neon angezogen. Und gefällt mir gut. Das Packaging sieht auch sehr schön aus. Wir haben hier vorne einmal La Vie d'un Prince mit zwei Schmetterlingen. Das ist so seine CI, also so seine Community nennt er Schmetterlinge. Dann einmal BH Cosmetics, La Vie d'un Prince, 12 Color Eyeshadow Palette. Und drin ist ein sehr, sehr großer Spiegel. Hier haben wir auch nochmal ein paar Schmetterlinge und dann die sechs Farben. In der oberen Reihe haben wir zwei Schimmertöne und in der unteren Reihe nur matte Töne. Und ich weiß nicht, ob ihr ihm folgt auf Instagram. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich setze an Instagram unten einmal rein. Die Looks, die er macht, sind schon sehr, sehr krass. Also sehr bunt, sehr aufwendig. Viel Filter und so, aber viel matt. Also man sieht in seinen Fotos nicht viele Schimmereffekte. Deswegen finde ich, dass die Palette auch sehr, sehr gut zu ihm passt. Und ich würde vorschlagen, ich zeige euch jetzt hier einmal ein paar Swatches der oberen Reihe. Da könnt ihr eher so ein bisschen die... Okay, Freunde, kleiner Nachtrag. Der Ton ist ganz, ganz schlecht gerade, weil ich das im Anschluss filme. Ihr könnt den Look schon sehen. Ich swatche gerade die Farben und ich bin gerade von der ersten Reihe ein bisschen enttäuscht. Ich zeige sie euch. Also hier ist die erste Farbe. Da sieht man nicht so viel. Die Schimmerfarben kommen halt fast gar nicht raus, außer diese hier. Und die ist ein bisschen patchy. Ja, zwei Schimmerfarben sehen und die Formulierung der Warmtones und neutraleren Farben. Und dann zeige ich euch selbstverständlich auch noch die untere Reihe. Da haben wir wirklich schöne, bunte, satte Farben, die wirklich, wirklich leuchtend sind. Und ich bin gespannt, wie sie auf dem Auge performen. Ihr könnt sehen, mein Lid ist ein bisschen gesettet. Ich überlege, ob ich einen Primer benutze oder nicht. Ich glaube nicht. Ich mache meistens keinen Primer, einfach weil das am einfachsten ist für viele, das nachzuvollziehen, wie eine Pigmentierung dann ist. Das wisst ihr mittlerweile, wie ich das eigentlich mache. Weil ich weiß nicht, wie viele von euch machen. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben. Erst die Augen und dann die Base oder erst die Base und dann die Augen. Ich mache meistens immer erst die Base, einfach weil ich weiß, wo ich dann hinblenden kann, wie der Look wird. Und das Ganze sieht dann schon ein bisschen besser zusammengepackt aus, wenn ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall würde ich euch jetzt ein Stückchen heranholen und dann fangen wir an. So, ihr seid schön nah dran und ich glaube, ihr könnt ganz gut sehen, hier vorne creased so ein bisschen mein Concealer. Aber das blenden wir gleich über mit Lidschatten. Ich war ein bisschen überrascht, dass es in dieser Kollektion keine Pinsel gab. Meistens ist es ja mittlerweile so, dass BH mit Influencern Pinsel rausbringt. Bei Ali gab es jetzt auch keine. Deswegen, also ich denke mir so, okay, wenn man so eine bunte Palette macht irgendwie, hätte ein bunter Pinsel vielleicht auch gut gepasst. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Idee, was ich schminken möchte. Was mir aber ganz zu Anfang schon aufgefallen ist, als ich die Palette gesehen habe, ist, ich zeige es euch hier nochmal. Ihr seht, die Farben in der unteren Reihe, jetzt für euch oberen Reihe, sind sehr hell. Also, ich denke in meinen Looks halt von hell nach ganz dunkel, so bis fast schwarz. Das ist hier nicht drin, deswegen werde ich mich jetzt ein bisschen umstellen müssen und der Look wird ein wenig leichter. Ich gehe als erstes mit dem BH Cosmetics Pinsel aus dieser Fairy Lights Edition, die Nummer 8, in die Farbe Noelle. Das ist dieses Gelb hier. Es hat fast gar keinen Kickback in der Palette. Und die Farbe setze ich mir hier vorne hin. Ich habe das Gefühl, dass dieses Gelb die einzige Farbe ist, die nicht Neonfarben ist. Also, ihr seht, das ist eher so ein Orange-Gelb und kein wirklich helles, leuchtendes Gelb. Ich überlege, ob wir vielleicht doch einen Primer nehmen. Wir probieren es jetzt erstmal so. Und die baue ich mir hier vorne in meinem inneren Augenwinkelbereich auf, weil ich so einen schönen Farbverlauf haben möchte, von wirklich von gelb bis lila. Also, es kommt was rauf. Ich vermute aber, dass man bei der Farbe zumindest eine feuchte Base auf jeden Fall bräuchte. Oder es ist tatsächlich eher so ein Transition Shade, einfach um eine dunklere Farbe auszublenden, die hier aber fehlt. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich denke dann, okay, ich bräuchte zumindest so ein Medium-Braun, um das hier mit auszublenden, damit ich diesen gelben Effekt kriege. Das habe ich aber in der Palette nicht drin. Und ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz großer Punkt ist, dass das eher eine Palette ist, um andere Paletten vielleicht zu ergänzen. Dann gehe ich in die Farbe Monarch rein, nehme den selben Pinsel. Die hat ein bisschen mehr Kickback und die gebe ich mir hier hin. Und die ist auf jeden Fall viel, viel leuchtender. Uh, okay. Die sieht auf dem Auge, in der Kamera gerade, etwas, so ein bisschen Lachsfarben aus. Also, in der Palette sieht sie eher orange aus, aber hier ist es jetzt eher eine Lachsfarbe. Krass. Okay, also es ist ganz anders als gedacht, aber sehr, sehr schön. Kann die Farbe auch sehr gut aufbauen und auch mit dem Gelb recht gut verblenden. Ich habe euch ja in den letzten Videos immer mal wieder gefragt, wie ihr zu bunten Farben steht. Und viele von euch lieben einfach wirklich bunte Farben. Und ihr wollt auch in Reviews eher die bunten Farben sehen. Weswegen ich auch jetzt die obere Reihe nicht benutze im Video, einfach um euch wirklich die bunten Farben zu zeigen. Ich meine, die Palette, das Verkaufsargument der Palette sind ja eigentlich die bunten Farben. Ich nehme den selben Pinsel und gehe in die Farbe Lavite. Das ist dieses Pink. Klopfe ab. Das hat wieder gar kein Kickback. Und das setze ich mir hier rein. Und das ist wieder ein Neon. Krass. Zack. Drauf. Mega. Okay, ich bin überrascht, wie schnell das hier geht gerade. Auch hier kann ich die Farbe richtig schön aufbauen. Und wir haben einen richtig, richtig schönen Farbverlauf. Das ist genau das, was ich meine, wenn ich immer sage, ich möchte Farben haben, die ich aufeinander aufbauen kann. Ihr könnt sehen hier, von Gelb zu Orange, zu Rosa und dann zu Lila. Ich bräuchte dann noch für den Look, den ich jetzt machen würde, beispielsweise ein ganz, ganz dunkles Lila, einfach um mehr Tiefe reinzugeben. Aber ich glaube, dass das dann eher so eine, ja, eine weiche Palette ist mit bunten Farben, die ein bisschen softer sind, einfach um, ja, weichere Looks hinzukriegen. Und was ich, was ich noch erzählen würde, wo ich als erstes dran gedacht habe, als ich die Palette gesehen habe, ist, warum kommt die jetzt raus? Also das ist für mich der Inbegriff von Frühling, Sommer, bunte Farben, leuchtende Farben. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, Rosé wohnt in Los Angeles, da ist es egal, ob bunt, neon, grün oder was weiß ich. Da ist es meistens sehr, 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 sehr warm. Ich gehe jetzt mit demselben Pinsel in die Farbe Suenyo rein, die hat wieder ein bisschen mehr Kickback. Nur ganz leicht erst mal und gebe mir das hier außen hin und, uh, okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass sie jetzt doch so intensiv ist. Und die baue ich mir hier außen auf. Nehme mir einen sauberen Pinsel und gehe nochmal in das Pink und blende hier in den Übergang nochmal ein bisschen Pink rein, einfach, dass der Übergang weicher wird. Mhm. Mega schön, mega, mega schön. Ich sehe in dem Lila einen Weißanteil. Ich weiß nicht, ob ihr ihn in der Kamera erkennen könnt, aber es ist auf jeden Fall ein Weißanteil mit drin. Ist nicht schlimm, das gibt dem Ganzen eher wirklich diesen Pastelleffekt. Viele von euch haben ja auch auf Instagram geschrieben, dass ihr die Palette tatsächlich schon habt. Bei mir ist leider das Paket verschwunden, das PR-Paket. Also ich habe die Palette in PR bekommen. Ihr habt mir geschrieben, dass ihr die Palette schon habt und dass ihr damit total begeistert seid. Falls ihr die Palette schon habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, habt ihr ein Primer benutzt oder nicht. Weil ich habe jetzt hier keinen benutzt und ich sehe, dass ich hätte auf jeden Fall einen Primer benutzen können, damit die Farben noch leuchtender rauskommen. Okay, 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 okay. Also das ging wirklich sehr gut. Die Farben haben sich sehr einfach verblenden lassen miteinander und auch an sich alleine. Finde ich sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich so einfach geht, aber das ist das Schöne an diesen Farben, die innerhalb einer Farbfamilie sind. Und ich nehme jetzt einen kleinen Pencil-Brush aus der Mrs. Bella Kollektion. Und ich überlege, gehe ich jetzt in grün und blau? Komm, wir sind mal mutig heute. Was soll der Geiz? Wir probieren jetzt hier die bunten Farben. Soll ja nicht nach was aussehen, sondern wir wollen eine Review. Uh. Die staubt auf jeden Fall ein bisschen unterm Auge. Aber ist auch sehr pigmentiert. Und das Grün gebe ich hier außen hin. Auch hier vermute ich, dass man hier lieber eine feuchte Base benutzen sollte bei dem Grün. Bei dem Blau ging es, was mich überrascht, weil Blau ist recht schwierig aufs Auge zu kriegen. Aber ihr könnt sehen, die Farben haben auf jeden Fall Fallout. Aber okay. Ich bin mir unsicher, wie ich das Grün mit dem Rosa verbinden will. Ich probiere es einfach mal so ein bisschen. Uh. Ich habe eine neue Farbe kreiert. Ich bin in Blau und in Lila gegangen. Und habe hier, seht ihr... Uh. Freunde. Komplett neue Farbe kreiert. Das ist wie Tuschkasten hier. Yes. Okay, krass. Okay, wow. Also ich glaube, ihr habt es gerade gesehen, dass ich ganz zufällig entdeckt habe, dass man die Farben miteinander mischen kann. Und dann eine komplett andere Farbe kriegt. Das ist eigentlich logisch, wenn man am Farbra denkt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das bei der Palette funktioniert. Bei Lidschattenpaletten ist es was anderes als Tusche. Sieht spannend aus. Es ist jetzt eher wirklich bunt. Ich nehme jetzt die Farbe Metamorphosis. Nehme so ein Pencilbrush und setze mir das in meinen Inner Corner. Ich finde, die Farbe, deswegen vielleicht auch mit der Metamorphosis, verändert so ein bisschen das Finish von den anderen Farben. Ich gehe jetzt nochmal mit meinem Finger rein. Die Farbe sieht einmal so aus. Und gebe mir die hier komplett auf mein bewegliches Lid. Uh. Mmh. Okay. Man kann sie auf jeden Fall aufbauen. Und wenn man sie über eine andere Farbe gibt, dann wird das die Farbe, die ich drunter habe, nur ein Schimmer. Ich bin schock. Könnt ihr mir folgen? Das ist eine bestimmte Farbe. Die sieht so am Finger aus. Wenn ich die übers Pink gebe, habe ich ein Schimmerpink mit so einem goldenen Holo-Effekt. Wow. Okay. Gut, Freunde. Ich würde einmal kurz Lashes drauf machen und bin gleich wieder zurück. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look mit der La Vie de France Palette. Ich muss sagen, ich habe mir was anderes vorgestellt. Also, auf der einen Seite denke ich mir, hm, okay, es ist sehr bunt und es ist sehr schwierig, aus dieser Palette einen Look rauszukriegen. Ich glaube eher, dass das eine Palette ist, um Looks zu ergänzen, um Farbe ins Spiel zu bringen, um andere Looks perfekt auszublenden. Oder, ich habe sie nicht getestet, für den Alltag eine sehr, sehr schöne Palette ist. Es funktioniert alles sehr, sehr gut. Ich finde, dass sie aber auf einer feuchten Base definitiv besser performen wird, als jetzt hier auf einer gesetteten Base. Einfach, weil die Farben dann noch leuchtender rauskommen. Wenn ihr eher so ein bisschen dieses Abmatierte haben wollt, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, um einen abmatierten Look hinzukriegen. Wenn ihr es ein bisschen bunter haben wollt und ein bisschen knalliger haben wollt, dann glaube ich, ist das eine sehr, sehr schöne Palette, um... Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich bin verwirrt. Auf jeden Fall, die Palette ist nicht schlecht. Ich hätte sie, glaube ich, ein bisschen anders gemacht, aber es ist seine Palette und es passt wie die Faust aufs Auge zu ihm. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die Palette vielleicht auch schon habt. Und ich würde mich von euch verabschieden, Freunde. Wir sehen uns am Freitag wieder. Danke, dass ihr da wart. Passt auf euch auf. Vielen Dank.